So, willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 5. Ich hoffe jetzt, dass die auch nicht mehr jetzt klappt, weil ich habe jetzt irgendwie zwei Testaufnahmen gemacht. Es ging irgendwie komischweise gar nichts, also nicht Testaufnahmen. Ja, es war halt so zwei Sekunden, drei Sekunden, ich habe nichts getan. Aber egal, so. Oh, hier sind ja Peggy's. Bitte steck auf. Ihr verschissene Rix, ihr habt keine Chance. Jetzt, da ich endlich mal meine richtigen Waffen habe, also so gut wie beide mal, Hätte mich mal am Arsch lecken. Denn, wir haben ja hier schon so schöne Sachen, wa? Wie das einfach mal behaupten. So, was wollen wir hier noch? Einmal Stechapfel, okay. Okay. So, warte mal. Glutoni, was sollen wir jetzt überhaupt machen? Was sollen, was wollen wir, was auch immer. Wir haben hier einen Prepper versteckt, das ist immer gut. Die Peggy's haben vollend übernommen. Das ist eine Mission. Ja, das mache ich gleich. Das ist eine Mission. Da ist irgendein Typ. Da ist auch eine Mission. Was ist das? Achso. Das sind Häuser. Das ist auch so eine Düngerfabrik. Das ist alles eine Mission, okay. Die Belohnung. Ich bekomme, wenn ich das hier erledige, eine Mission als Belohnung. Die Peggy's haben vollend übernommen. Entscheidend ja. Okay. Ist auch egal, wir machen jetzt zuerst mal das Versteck. Ja. Auf jeden. Das Thema ist jetzt nur, was ich mich frage, ist, äh, ja scheiße, aber ich gehe zu Fuß. Ist, ähm, wegen diesem verschissenen Stechapfel. Welche Straße ist, äh, so wirklich eine Straße, oder geht denn ja auch Nebenstraßen, dass ich die finde? Das ist halt die große, große Frage, die weiß ich mir, gerade frage. Hm. Ich habe keine Ahnung. Naja. Das werde ich hoffentlich bald herausfinden. Alter, die, die Typen sind auch überall. Ich muss eigentlich mal, weiß ich nicht, mehr Auspost einnehmen, glaube ich. Das wäre eine Idee. Das ist so nervt, wenn die die ganze Zeit herumfahren. Über mit Autos und mit, mit Booten. Der Aufstand muss endlich mal was können. Dammit. Hi. Hey. Hey. Das brennt. Ich schlag dich, du. Wie kann das brennen? What the actually? Ciao. Wie kann das brennen, ihr Vollidioten? Aha. Ich bin auch ein Depp. Ich schieße nämlich hier schon mit der Normalwaffe. Obwohl hier überall Feinde sind. Fuck it. Ich mache hier nur gerade Bullshit. Ich mache hier nur nix. Andere als Faschismen Bullshit. Nice. Okay, wenn jetzt irgendwas gut ist. Ey, das darf doch nicht lassen. Verpiss dich. Okay. Das sind eigentlich meine Helfer. Helfer. Boah. Oh. Ach so. Dann ist das andere, das rechte Ding, dann ja auch noch ein Helfer. Das ist das. Das ist ja nicht nur irgendeine Spezialfähigkeit. Oder so ein Kack, ne? Das sind einfach nur, dass ich dann zwei Helfer nehmen kann. Ah so. Das heißt das. Na gut, okay. So. Jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt sind die Wichse schon aufgeschwitten. Und ich wollte die Scheiße eigentlich leise machen. So ein Kack. So ein Kack. Gut. Dann werden wir etwas außen rum. Etwas einen kleinen Umweg. Oder eher einen großen Umweg. Aber gut, ich kann jetzt auch nichts machen. So eine Kack aber auch. Äh. So. Hier könnte es klappen. Alter, wo denn? Hier. Ach du Scheiße. Das ist ein Sniperer. Das ergibt einiges. Das ergibt. Dann ergibt es so einiges Sinn, äh. Wenn. Dann. 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 Oh, oh. Okay. We love you. Ja ne, ist klar. And we will take you. Aha. Shit. Bier. Ne lasst es. Oh, warte 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 warte. Ernsthaft. drücken irgendwas soll ich machen scheiße und die sehen mich auch wieder großes kino jetzt verpiss dich ernsthaft jetzt will ich dich haben du wichser are you fucking kidding me ja die sehen mich leckt mich jetzt bald und dann könnt ihr mir mal schlicken okay jetzt komm her du fucking bär jawohl geiles sehen ich wusste dass sie den sicher noch braucht sehr gut und vorteil punkte haben voll das war mein plan wenn das nächste was ich auf jeden fall dann kaufen werde ganz klar ist zweiter also der letzte ding raffen gönns hammer gürtel das ist sehr wichtig so hier ist es richtig scheiße dass ich jemand macht weil so offenes gelände ist das hammer durch die geist gesehen ich habe genauso mir oder natürlich das klappt nie ich kann es versuchen das gleiche klappt was ist los auch du scheiße es hat geklappt jetzt ist feinde was ist hier los das sind alles feinde die machen was machen die eigentlich hängt hier der hängt jemand die machen schieß über den auf den typen oder was ist er da ganz toll thema ist der treff ich niemals von hier dabei ich diesen besseres visier aber aha ich weiß ja auch nicht ob das hier dann alles schon war wenn ich wenn ich jetzt ist einfach du wärst sowas von down so eine kacke ich brauch unbedingt das was klappt nie alter das war knapp das war etwas zu knapp alter etwas näher das ist jetzt das wird ein wenig sehen ja wohl ja wohl kann das gecheckt sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut okay wirklich der wichser der macht nur so ein kacke wie sonst niemand ich denke du schlägst ihn jetzt auch mit dem pfeil oder so lebt er noch der ist im tod was irgendwas hat er schon gesehen er markiert immer sache ich habe kein plan wird er markiert hier ist das versteck alles klar sehr gut ich hoffe es sind ein paar vorteile drin oder kohle oder beides besten beides war auf jeden fall bei hallo schnapps stich stich ab verwarte ich hätte genug jawohl ich kann es kaum ich kann es machen weil ich jetzt herstelle nehmen wir sind automatisch dann muss ich noch mal zuerst drücken dass das nebenbei ich hoffe es habe ich jetzt auch noch nicht hier weil es lange mein hund habe ich habe das eigentlich schon gut vielleicht brauche ich es auch gar nicht wir sind ein riesen vorteil wenn wenn ich einen partner der was die ganzen ganzen wixer markiert weil ohne markieren ist hölle kann man einfach nicht anders sagen so ja 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 neues bauwerk ja ich weiß irgendwo hier sind viele bauwerke okay geil geiler schuss geiler schuss geiler schuss ich sehe mich eh nicht gut wenn ich jetzt ketten tag dann halt dann würde ich die easygoing platt machen können aber habe ich leider noch nicht noch nicht kann ich hier schon was operieren der bei euch auch ja schweiß bauke war ja auch eine fähigkeit sag mal hier was also das ordne dass wir so ein hinweis dass ich diese kacke erst suchen muss prepper notiz an jeden der da draußen gegen die sekte kämpft die peggies haben mir alles genommen meine farm meine frau dagegen die sekte ja alles was ich noch habe ist hier versteckt es gibt einen geheimen eingang zum bunker und zur werkstatt benutzt das was ihr drinnen findet um diese wixer ordentlich büßen zu lassen big mike alles was ich noch habe ist hier versteckt es gibt einen geheimen eingang zum bunker und zur werkstatt der wäre wo du hier okay die garage ja gleich gleich zuerst eigentlich ja ich habe vor dass ich die erledigt auf jeden fall sind das kühle brauche ich nicht oder nicht ich lasse mal eben welche markieren ja kann ich okay sie sind weiß ich glaube mal da muss ich sie nicht unbedingt töten ist nicht notwendig sehr gut das thema ist jetzt halt nur wie weiters und ich balle einfach eine granate dann ja genau und du bleibst hier ich habe die sonne granate auf von latz ist mir egal kommt und sei der geiz das war scheiße knapp wollte das war scheiße knapp jetzt die fasse immer in meinem hand explodieren lassen alter hat das jetzt passiert er denn jetzt schon wieder okay so wer hat der ist aber hey what the fuck das ist warum hat der grünzeug in seinem bauch das tote ist das ist schon mal klar warum hat der grünzeug im bauch das ist eine gute frage die werde ich nicht weiß er markiert hat viel da brauche ich auch warte 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 kann schon ganz ruhig weil sie also diese in adler irgendwas zum flügel vielheit komm schon bitte trifft es jawohl hammerhart geil feder brauchte ich dich du bist auch ein vieh ich brauchte ich gar nicht warte ernsthaft ich dachte brauch jedes flügel vieh na egal aber alter traum hätte nie gedacht dass ich mein sohn fan bin vom bogen aber doch bin ich geworden dank fahr ich glaube primor warum lektet ihr manchmal so komisch er hat einfach bei mir glaube ich so ok wie komme ich hier muss ich hier rein hier ist musik ok komme ich hier rein ich denke mal mit dem auto komme ich sicher wenn ich einfach durch brezel was so irgendwie sieht das nicht so aus ich sagen ich bret es einfach rein kann auch noch leck mich geile mucke ich hoffe das klappt weil man genug anlauf nehmen ich übertreiben ich übertreibe komplett wird sehr klar so let's go achtung achtung really der hält das aus ich war sehr gut dann haben plan b hat man bedankt fertig hoch ja egal so fack alter sie man höre das immer sehr dass irgendein höheres gefährt nähe nicht wirklich das klappt weiß ich komme dann hier raus das ist auch